Äh... Scheisse! Und das ist schon wieder morgen. So müssen wir hier anfangen. Und das regnet mir zu. Und das ist schon wieder mehr. Prost! Entschuldigung! Die haben wir vorerst gepostet. Und da warten wir bis jemand kommt. Das kann lang kommen. Das ist so wie ein Tee-Toaster für ihr. Und dann bleiben wir wieder zu Hause. So, das ist für alles. Aber keiner kommt. Jetzt habe ich gerade einen Ausländer gesehen von aussen. Ja, der war schon schön. Handfertiglich. Ja, der war schon sehr schön. Jetzt kommt der hier rein. Nein, 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 nein. Gott, ich habe ihn. Ich habe ihn schon sehr schön zu haben. Ach, die Reikern so haben wir sie ungestürzt. Die Reikern so haben wir sie ungestürzt. Das wird wieder ein langweiliger Tag sein wie jeder. Das wird wieder ein langweiliger Tag sein wie jeder. Hören wir auf. Kommen wir dann später wieder. Ich nehme den Tag, der wird der Tag noch nicht¡-Dig. Ich nehme den Tag. Ich kann ihn einfach soar. Drei.